Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, heute geht's um die Auslosung des Gewinnspiels, um die Auslosung der Epiphon Les Paul Junior. Und ich würde sagen, nehmen wir uns erstmal ein lecker Getränk. Weil, mach das auch, wird gemütlich. Prost zusammen, meine Freunde. Dann sind wir direkt beim Thema. Es geht darum, das mit dem Gewinnspiel, das macht mir so Spaß. Das hat mir schon, ich habe ja noch einen anderen Channel und da hat es mir auch schon immer Spaß gemacht, Leuten etwas zurückzugeben. Also das hat mir immer eine große Freude bereitet. Das habe ich sehr viel auf YouTube gemacht, das habe ich sehr viel auf Instagram gemacht. Und es macht mir Spaß, Leuten Freude zu machen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so gerne YouTube-Videos mache. Dass ich einfach meine Erfahrung und meinen Spaß, den ich an einer Materie, wie zum Beispiel jetzt die Musik, habe, dass ich die ganz gerne teile mit Menschen. Vielleicht ist das mein Antrieb. Kann gut sein. So und aus diesem Grund habe ich einfach mir vorgenommen, dass ich weiter Gewinnspiele mache. Also der, und zwar möchte ich das jetzt regelmäßig machen. Ich möchte jetzt keine verbindliche Aussage treffen, da sind nachher einige beleidigt, du hast keine Gewinnspiele mehr. Aber ich denke, dass ich so circa einmal im Monat ein Gewinnspiel machen werde. Und ich habe hier so viel Kram aus Musikszene rumfliegen, aus dem Musikbereich, den ich eigentlich nicht mehr brauche. Wo ich ganz genau weiß, da draußen sind Leute, die damit was anfangen können. Und die einfach nur bei mir rumliegen und die in der Ecke quasi verstauben. Also da steht jetzt quasi in diesem Ständer stehen Sachen, die verlost werden in nächster Zeit. Das ist ein Dreierständer, der ist voll mit Sachen, die wir in den nächsten Monaten raushauen. Und das ist das Ding, was jetzt schon voll ist. Und da sind tolle Sachen bei. Und ich kann mir vorstellen, dass die Sachen nicht nur mir, weil mir haben sie eine ganze Zeit lang Freude gemacht, gehe auch davon aus, dass diese Sachen euch auch Freude bereiten werden. Und wenn es einfach nur ein Andenken ist, ey geil, ich habe mal was gewonnen und hänge mir die Geschichte irgendwie mal an die Wand. Oder freue mich darüber, dass ich mal was gewonnen habe. Also das ist als Vorwort für alle Leute, die jetzt nichts gewinnen. Die meisten Leute werden jetzt nichts gewinnen bei diesem Gewinnspiel. Aber ich weiß, da draußen sind dann auch Leute, die vielleicht jetzt kein Glück hatten, sondern dann beim nächsten Mal Glück haben. Und von daher, da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf das, was kommt. Und ich freue mich auch. Ich würde mich auch freuen, wenn zum Beispiel der Gewinner vielleicht sogar hier aus der Umgebung kommt, dass man sich persönlich trifft, dass man auch die Leute kennt, wo das dann hingeht. Also das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das hat mir, wie gesagt, damals beim alten Channel Spaß gemacht, dass ich hier gewinne, die ich dann verlost habe, auch persönlich ausgeliefert habe. Das hat mir, wie gesagt, immer Spaß gemacht. Also für alle Leute, die jetzt nicht gewinnen sollten, nicht traurig sein. Es werden definitiv weitere Gewinnspiele folgen. Nicht nur Gitarren. Es gibt ja auch andere Sachen im Musikbereich, die toll sind, die man einfach nicht mehr benutzt. Die, wo ich aber auch keine Lust habe, das irgendwie für, Anführungsstrichen, kleines Geld dann irgendwie ins Netz zu ballern. Also von daher, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe das immer mit dem Rechner, habe dann irgendwie noch eine zweite Kamera stehen gehabt und habe dann den Rechner abgefilmt, wie ich so einen YouTube-Kommentarpicker, so heißen die, so commentpicker.com mache ich das jetzt drüber. Und zwar habe ich hier schon die URL eingegeben. Ja, da warte, ich mache das Display mal ein bisschen dunkler. Wir sind ja offen zueinander. Ihr könnt ruhig alles sehen, was hier auf dem Display abgeht. Könnt ihr das so erkennen. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu dunkel. Aber doch, ich denke, das geht. So, da ist die URL drin und dann kann man darauf sehen, 73 Kommentare. Richtig? Ja. Da unten steht 73 Kommentare. Und wenn man jetzt da unten auf Start drückt, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil es wäre unfair, wenn ich da jetzt drauf drücke und dann einfach nur als Test. Ich drücke da jetzt mal drauf und gucke mal, was da passiert. Boah, die machen es aber auch spannend. So, das ist der Gewinner oder die Gewinnerin. Das weiß ich jetzt noch nicht. Warte mal ein bisschen nah dran. So, ich lese mal vor. Hey, habe über deinen anderen Kanal erst von diesem Kanal erfahren. Wie es der Zufall so will, wollte ich sowieso mit Gitarre spielen anfangen. Und wie kann das Zeichen, dass ich es durchziehe, besser sein als das? Und eventuell habe ich ja mal Glück und gewinne sie sogar. Grüße. Ja, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Puschenka. Ich schreibe dich an oder schreib du mich an. Ich weiß, dass es damals immer beim anderen Channel Probleme gab, dass ich die Leute nicht anschreiben konnte. Deswegen schreib einfach mich an. Du findest mich. Ja, Instagram, YouTube, such. Schreib mich an. Mach dich bemerkbar. Und dann schicke ich sie dir zu. Warte, ich zeige sie nochmal. Da ist sie. Ja, also die geht jetzt an dich. Und entweder kommst du sie hier persönlich abholen. Du bist immer willkommen. Genauso wie jeder andere Gewinner jederzeit herzlich willkommen ist. Und ja, kannst sie natürlich gerne bei mir abholen. Oder ich schicke sie dir zu. Oder vielleicht wohnst du ja auch irgendwie in der Nähe. Du bist nicht mobil und ich komme dann zu dir. Kriegen wir alles hin. Wie gesagt, einfach melden. Und an alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Weil da steht der Ständer auf. Okay, ich muss zugeben, hier stehen nicht mehr drei drin. Hier stehen nur noch zwei drin. Aber das heißt ja nicht, dass es alles ist. So, wir ballern in den nächsten Monaten mal ein paar Gewinnspiele durch. Und ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich darauf, dass der, oder ich freue mich darüber, dass der Channel so startet, wie er startet. Also ich mache den jetzt zwei Monate und es sind jetzt irgendwie knapp 400 Abonnenten in zwei Monaten. Habe ich nicht gedacht, dass dieses Thema, das ist ja ein sehr, sehr breites Thema. Und dass es so schnell so viel Anklang gibt. Ich weiß, 400 Abonnenten ist jetzt nicht die Welt. Aber ich finde es toll. Mir macht es Spaß. Und ich freue mich daran, freue mich darüber, dass da auch so viele Leute dann Spaß haben. Ja, dann soll es das jetzt hier mit dem Auslosungsvideo gewesen sein. Bisschen unspektakulär einfach mit so einem Smartphone. Aber die Technik wird ja immer moderner. Gut, dann sind wir jetzt durch hier. Ich würde mich freuen, wenn ihr in einem meiner nächsten Videos dabei seid. Und freut euch auf die nächsten Gaming-Spiele. Haut rein, abgehen. Ciao. Ciao.